Ja, hallöche mein Lieben und herzlich willkommen zu diesem Mount & Blade 2 Bannerlord Anfänger Video und ich werde euch heute 12 Anfängertipps mit auf den Weg geben, damit euer Anfang in Bannerlord so angenehm wie möglich ist. Und wir fangen jetzt schon mit der Charaktererstellung an, denn bevor ihr euren Charakter erstellt, solltet ihr auf jeden Fall wissen, was es mit den verschiedenen Attributssachen hier zu tun hat, beziehungsweise was es damit auf sich hat und ich werde euch genau das jetzt erklären. Und zwar haben wir hier einmal die Attributspunkte und hier einmal die Fokuspunkte. Wenn ich einen Attributspunkt verteile, wie zum Beispiel hier in Stärke, das ist jetzt die deutsche Übersetzung, ein Guide dazu ebenfalls auf meinem Kanal, sollte du dir dieses Video angucken und die deutsche Übersetzung noch nicht im Spiel sein, dann auf jeden Fall mal auf meinen Kanal gucken. Auf jeden Fall, hier so ein Attribut ist zuständig für die Skills, die hier in dieser Reihe sind. Das heißt zum Beispiel hier, Kontrolle ist zuständig für die Fernkampfwaffen und Stärke ist zuständig für die Nahkampfwaffen. Und das gleiche gilt auch für alle anderen Attribute, die ihr hier unten sehen könnt. Und die Fokuspunkte sind sowas wie eine weitere Spezialisierung. Das heißt zum Beispiel, ihr habt jetzt diese drei Skills hier und habt da auch ein bisschen Stärke drin, aber ihr sagt, ha, ich möchte den Einhänder jetzt aber richtig schön schnell leveln, dann geht ihr bei einhändig rein und ballert hier einen Fokuspunkt rein, erhöht damit eure Lernrate und auch euer Limit, allerdings nur für diesen einen Skill. Und ja, was ist dieses Limit? Das Limit, sag ich mal, begrenzt die Möglichkeit, diesen Skill aufzuleveln. Das heißt, wenn ihr zum Beispiel hier die Armbrust habt, die könnt ihr wirklich nur bis Level 10 aktuell skillen, bis ihr einen Fokuspunkt da reinsetzt oder hier ein Attribut verteilt habt. Und ja, das begrenzt so ein bisschen die Entwicklung und zwingt euch dazu, euren Charakter auf jeden Fall gut zu planen. Deswegen hier auf jeden Fall ein paar Gedanken zu machen. Solltet ihr einen gewissen Fortschritt bei einer Fähigkeit hier erreicht haben, dann kriegt ihr hier einen Skill und könnt hier zum Beispiel einen Skill auswählen. Der andere Skill wird dann nicht mehr wählbar sein. Deswegen hier auf jeden Fall gut überlegen, welchen Skill ihr haben wollt und auch immer schön die Skills hier verteilen. Was die einzelnen Skills machen, solltet ihr euch auf jeden Fall selber einmal durchlesen und euch Gedanken machen, worauf ihr euch spezialisieren wollt. Und ja, so viel dazu. Jetzt kommen wir zum zweiten Tipp. In der Welt von Mount & Blade 2 Bannerlord angekommen, seid ihr nicht sonderlich stark und selbst die kleinsten Banditengruppen können euch ordentlich aufreiben, wenn ihr nicht wisst, was ihr macht. Am Anfang solltet ihr auf jeden Fall schnell in die umliegenden Dörfer reisen und euch dort Truppen rekrutieren. Hier solltet ihr auf jeden Fall bis zu 20 Männer ranholen, denn dann seid ihr immer noch relativ schnell, aber habt auch genug Leute, um die Plünderer hier zum Beispiel zu erwischen und ihn ordentlich einzuheizen. Hier sollte man auf jeden Fall am Anfang so ein bisschen rumreisen und sich genug Männer an die Hand holen, um dann ja auch in der Lage zu sein, verschiedenste Banditen in den Arsch zu treten. Wie ich das hier gemacht habe, das ist schon eigentlich ausreichend. Ich würde eine Größe von ungefähr 20 bis 30 Einheiten wählen, allerdings am Anfang kann man nur 21 haben. Ich denke aber, dass dies auch darauf ankommt, wie ihr euren Charakter geskillt habt. Da bin ich jetzt nicht zu 100% sicher, weil ich auch beim anderen Charakter 21 Leute hatte. Ihr solltet euch relativ schnell mit dem Hut unten rechts vertraut machen, um verschiedenste Informationen über euren Charakter beziehungsweise eure Truppe abzurufen, wie zum Beispiel eure Gesundheit oder wie viel Einfluss ihr in eurem Königreich habt, wie viel Geld, was eure Einheiten so machen, wie viele davon auch verwundet sind. Hier zum Beispiel kann man sehen, wie viel Essen man gerade hat und wie lange dieses reicht. In meinem Fall zum Beispiel 124 Tage. Und hier ist auch unsere Moral aufgeschlüsselt. Hier unsere Speer, wie auch immer Abstand anzeigen. Das finde ich jetzt nicht sonderlich sinnvoll, aber naja gut. Hier auf jeden Fall unsere Geschwindigkeit und hier sehen wir auch nochmal, wie viel Gehalt wir unseren Soldaten zahlen müssen. Hier solltet ihr auf jeden Fall einen Blick drauf werfen, um die Situation immer perfekt im Blick zu haben. Wollt ihr glückliche Soldaten haben, die eine hohe Moral haben und auch ordentlich kämpfen, dann müsst ihr auf jeden Fall immer genug Nahrung haben, denn wenn ihr wenig Nahrung habt, dann werden eure Soldaten unglücklich, teilweise desertieren, an dem Hungertod sterben und und und. Deswegen immer dafür sorgen, dass ihr genug Essen dabei habt. Wollt ihr noch, sage ich mal, die Extrameile gehen und eure Soldaten besonders glücklich machen und somit auch die Moral anheben, die wiederum für ein besseres Kampfergebnis sorgt, dann solltet ihr auf jeden Fall zum örtlichen Händler gehen und dort verschiedenste, ja, essbare Dinge kaufen, wie zum Beispiel Fleisch, Fisch oder Getreide. Hier auf jeden Fall für Abwechslung sorgen, denn das lieben eure Soldaten und ihr solltet auf jeden Fall auch immer unten rechts, wie gesagt, das hat im Blick haben und immer genug Nahrung dabei haben, damit eure Soldaten nie in diese Situation kommen, dass sie kein Essen mehr haben und nämlich dann, ja, sterben sie und die Moral geht so richtig schön in den Keller. Gerade am Anfang solltet ihr euch immer darüber Gedanken machen, ob ihr einen Kampf überhaupt gewinnen könnt. Hier hinten zum Beispiel haben wir eine Karawane mit zwölf Fernkampf, elf Kavalerie und einer Infanterie. Wir hingegen haben einfach nur elf Infanterie, die nicht sonderlich gut ausgebildet sind und wahrscheinlich von der Kavalerie so richtig schön aufgerieben werden würden. Und da solltet ihr auf jeden Fall gucken, sind eure Einheiten gegen die anderen Einheiten effektiv oder auch nicht. Oder habt ihr zum Beispiel Krieger mit Schildern und haben die Gegner, ne, Bogenschützen, ist das, sag ich mal, passt das? Oder habt ihr zum Beispiel Krieger ohne Schilder? Die wären natürlich dann gegen die Bogenschützen nicht ganz so gut aufgestellt. Und ja, ihr solltet deswegen immer abwägen, ob ihr einen Kampf überhaupt gewinnen könnt und dann nicht einfach Stress anfangen. Außerdem hier zum Beispiel die Gebirgsbanditen sind stärker als die Plünderer und hier solltet ihr auf jeden Fall auch etwas differenzieren, denn hier hinten in der Wüste war das, Sekunde, hier vorne in der Wüste haben wir zum Beispiel auch sehr, sehr fiese Banditen, die auf Pferden unterwegs sind und die euch so richtig schön den Arsch aufreißen, wenn ihr frisch im Spiel unterwegs seid. Das gleiche gilt auch für die sogenannten Sea Raider, die, ich weiß nicht, welchen Namen sie im Deutschen haben. Auf jeden Fall, auch die Gebirgsbanditen sind etwas stärker wie die Plünderer und diese solltet ihr nicht gleich sofort angreifen. Sobald ihr einen Kampf gestartet habt beziehungsweise mit einer anderen Einheit konfrontiert seid, seht ihr oben ein, ja, Kräfteverhältnis. Sollte dieses Kräfteverhältnis zum Beispiel, sollte der braune Balken in meinem Fall hier bis hier hingehen und eine ganz kleine, ja, ganz wenig vom Gegner noch vorhanden sein, könnt ihr zum Beispiel einfach eure Truppen reinsenden. Dies könnt ihr mit diesem Befehl hier machen. Dies solltet ihr allerdings nicht tun, wenn es wie jetzt, sage ich mal, entweder schlecht für euch steht, beziehungsweise etwas schlechter oder das Ganze ausgeglichen ist. Denn sendet ihr die Truppen einfach rein, wird die KI, sage ich mal, entscheiden, wie eure Verluste etc. pp. aussehen. Da werden einfach die Würfel geschmissen und ich kann euch sagen, dass das wirklich nicht schön ist. Und wenn ihr aber selber den Angriff leitet und auch selber, ja, mit eurem Anführer, sage ich mal, durch die Banditen durchzieht, dann werdet ihr auf jeden Fall weitaus weniger Verluste haben, als wenn ihr einfach eure Truppen reinsendet. Solltet ihr allerdings, zum Beispiel hier, sollte der braune Balken jetzt bis hier gehen, dann würde ich einfach sagen, sendet Truppen, denn irgendwann möchte man zum Beispiel nicht jede Plünderergruppe selber machen, weil das, ja, nimmt auf jeden Fall auch eine Menge Zeit in Anspruch. Dies auf jeden Fall im Auge behalten und nicht faul werden, denn das kann euch teilweise richtig, richtig viele Soldaten kosten. Seid ihr dann auf dem Schlachtfeld angekommen, gilt es eure Truppen zu befehligen, um die Gegner in die Mangel zu nehmen. Hierbei habt ihr ein sehr, sehr breites Repertoire an Fähigkeiten zur Verfügung, indem ihr zum Beispiel die F-Keys drückt, dann könnt ihr hier zum Beispiel, ja, die Position ändern. Wenn ihr auf F2 drückt, dann könnt ihr hier die Richtung ändern, in der sie blicken, oder bei F3 könnt ihr hier die Position ändern, wie zum Beispiel eine Kreisformation. Dann nehmen eure Einheiten diese Kreisformation ein, wie ihr sehen könnt. Allerdings will ich sagen, dass ihr euch damit nicht verrückt machen solltet, denn diese Sachen sind zwar nett, aber sie sind noch etwas schwerer zu lernen. Und am Anfang lassen euch die Banditen nicht die Zeit, hier diese Sachen zu lernen und euch anzuschauen. Später, wenn ihr andere Lords bekämpft, wie ich gerade, habt ihr ein wenig mehr Zeit und dann könnt ihr auch in Ruhe eure Armee aufstellen und ein bisschen, sage ich mal, ja, taktieren, beziehungsweise eigene Strategien entwickeln, wie ihr die Gegner da angreift. Und ja, dann würde ich sagen, auf jeden Fall drückt ihr dann einmal F1 und dann könnt ihr hier zum Beispiel sagen, folgt mir oder stürme. Das heißt, F3, wenn ihr den Gegner einfach angreifen wollt und wenn ihr sie zurückpfeifen wollt, drückt ihr einfach F1 und dann F2. Dann kommen sie wieder zurück zu euch. Also Angriff, einfach F1, dann F3. Wollt ihr, dass sie zurückkommen? F1 und dann F2. Wollt ihr nur eine bestimmte Gruppe befehligen, dann drückt ihr 1, 2, 3, 4, 5 und so weiter. Hier zum Beispiel kann ich jetzt hier nur die Infanterie befehligen. Da kann ich zum Beispiel sagen, da vorne geht mal da hin. Die Archer kann ich dann da hinten hinstellen mit der 2. Und die Horse Archer kann ich zum Beispiel dann da hinten hinstellen, warum auch immer ich das wollen würde. Und hier die andere Infanterie kann ich auch da vorne hinstellen. Und ja, solche, sage ich mal, simplen Kommandos solltet ihr auf jeden Fall drauf haben. Aber ganz ehrlich, am Anfang reicht es einfach, F1 zu drücken und F3, um reinzustürmen oder folge mir zu sagen, wenn ihr das nicht wollt. Ansonsten, sobald ihr gegen einen Lord kämpft und dieser, sage ich mal, sich irgendwo defensiv aufstellt, wie in dieser Situation hier, solltet ihr diese Zeit nutzen und einfach euch mit diesen verschiedenen Befehlen ein wenig auseinandersetzen. Und das war's auch schon mit diesem Tipp. Bei der Wahl der Quests solltet ihr in Bannerlord auf jeden Fall sehr, sehr wählerisch sein, denn viele der Quests, die ihr in der Welt machen könnt, treten einer anderen Person auf die Füße oder Fraktion und das wollt ihr nicht. Weil, naja, wenn ihr jetzt zum Beispiel ein paar Dörfer habt und ihr macht da ein paar Quests, kann es sein, dass ihr euch bei einem bestimmten Dorf wieder total unbeliebt macht, bei dem anderen ein bisschen beliebter und das geht dann immer so weiter. Aber es gibt einige Quests, die safe sind, aber hier zum Beispiel habt ihr eine rivalisierende Bande und, ja, das heißt, ihr macht euch bei einer anderen Bande auf jeden Fall unbeliebt, wenn ihr hier aktiv werdet. Ihr macht euch vielleicht bei der Katze hier beliebt, allerdings bei der rivalisierenden Bande unbeliebt. Und dann gibt es noch Aufgaben, bei denen ihr euch keine Gedanken machen müsst, beziehungsweise wo eigentlich euer Ruf nur wächst. Das heißt, ihr eine Beziehung zu einem Charakter verstärkt und das ist zum Beispiel hier in Mysea gibt es gerade so eine Quest, die werde ich euch eben zeigen. Das ist immer random, also, ne, nicht wundern. Und hier zum Beispiel können wir die Armee der Wilderer aufhalten. Er bittet uns dann, ein paar Wilderer zu töten und diese, ja, die haben ja keinen Zuständigen, sage ich mal. Da töten wir einfach die Wilderer. Der Typ hier ist glücklich und, ja, alle sind zufrieden. Diese Mission allerdings ist eher eine Seltenheit. Es gibt so zwei bis drei, ja, Quests, die so laufen, dass man zum Beispiel, dass man Banditen aufmischt, beziehungsweise Kopfgeldjäger oder halt die Wilderer. Das sind Missionen, die halt Ruf Plus geben und keinen, ja, Nachteil haben. Aber sehr viele Missionen haben einen Nachteil und da solltet ihr auf jeden Fall genau drauf achten, welche Mission ihr da macht. Denn teilweise könnt ihr es euch dann mit dem Königreich auch richtig schön versauen. Gerade am Anfang kann es im Bannerlord dazu kommen, dass ihr gewisse Orte, Personen, etc. pp. nicht findet und euch ein bisschen mehr über diese informieren wollt, allerdings nicht wisst, wie das geht. Dafür haben wir die Enzyklopädie. Wir drücken einfach mal N, können dann hier oben zum Beispiel Ragae eingeben. Das ist die Anführerin für das Königreich, für den ich gerade diene, dem Empire. und dann kann ich die hier einfach aufrufen, sehe ihre Freunde, wie alt sie ist, ihren Status, wie meine Beziehung zu ihr ist, wo sie das letzte Mal gesehen wurde, etc. pp. Hier kann ich etliche Informationen über den Charakter bekommen, auch welche Skills beziehungsweise Fertigkeiten sie hat und ja, was ihre Traits sind. Sie zum Beispiel ist sehr großzügig. Und das geht halt mit allen anderen auch, zum Beispiel der Apis hier. Wenn ich jetzt zum Beispiel sage, ich sage Apis, dann kann ich Apis hier aufrufen und dann sehe ich ihn und er ist zum Beispiel geizig, er ist hinterhältig, er ist vorsichtig und grausam. Außerdem haben wir eine Beziehung von zwei zu ihm. Er ist adelig und 60 Jahre alt und er wurde das letzte Mal Nähe der Festung Ataconia gesehen. Wenn ich jetzt aber zum Beispiel wissen muss, wo eine bestimmte Stadt ist oder eine gewisse Festung, sagen wir zum Beispiel mal hier die Festung Varagos, dann gebe ich hier oben einfach ein Varagos, Festung Varagos. Und dann kann ich mir hier zum Beispiel eine Markierung setzen und wenn ich diese aktiv habe, dann wird mir auf der Karte hier die ganze Zeit die Festung Varagos angezeigt und ich finde ganz einfach meinen Weg dorthin. Wenn ihr euch am Anfang schon Gedanken dazu gemacht habt, welche Einheiten ihr mal haben wollt und welches Königreich euer Favorit ist, also wo ihr euch, ja sag ich mal, einbringen wollt, wo ihr ja mitkämpfen wollt, dann auf jeden Fall am Anfang zu dieser Fraktion gehen und dort in den Städten, in den Dörfern, etc. pp. so richtig schön, sag ich mal, ja, Hand anlegen und den Leuten helfen, wo es nur geht. Natürlich, wie gesagt, auf die Quest achten, damit ihr keinen anderen Leuten zu stark auf die Füße tretet. Aber dort auf jeden Fall so viel helfen, wie es geht, Banditen, ja, Hideouts platt machen, etc. pp. Und ja, einfach so beliebt wie möglich werden. Denn wenn ihr zum Beispiel dann hier wieder vorbeikommt und mal zu den Dörfern geht, hat das noch einen weiteren Vorteil, nämlich nicht nur, dass die Leute euch lieben, sondern dass, wenn ihr Truppen rekrutiert, auch hier, sag ich mal, wirklich die Möglichkeit habt, richtig, richtig starke Einheiten anzuwerben, ohne diese erst zu trainieren beziehungsweise auszubilden. Und ihr seht schon, umso größer eure Beziehung zu diesen Personen, ist hier zum Beispiel 13 und hier 3 und hier 4, desto mehr Slots sind hier verfügbar und umso bessere Einheiten könnt ihr einfach so anwerben. Das heißt, es lohnt sich auf jeden Fall bei der Fraktion, die ihr so richtig knorkel findet, auch richtig schön beliebt zu werden. Wenn es euch finanziell so richtig gut geht und ihr eure Finanzen im Griff habt, eure Armee ernähren können, bezahlen könnt, etc. pp. und genug Geld habt, um auch wirklich teure Items zu kaufen beziehungsweise einfach so ein bisschen Geld auf der hohen Kante habt, dann solltet ihr darüber nachdenken, Produktionsstätten zu kaufen, denn damit könnt ihr die dauerhaften beziehungsweise laufenden Kosten eurer Armee decken beziehungsweise etwas geringer halten und damit zukünftig, ja, beziehungsweise langfristig ganz schön viel Kohle sparen. Und zwar müsst ihr dafür in die jeweiligen Städte, wo ihr das halt aufbauen wollt und dort müsst ihr dann die Produktionsstätten aufbauen. Dazu habe ich schon ein Video gemacht, welches ihr auf meinem Kanal finden könnt. Einfach mal Mount & Blade 2 Bannerlord Tutorial suchen und dann findet ihr das auf jeden Fall, denn das ist ein etwas ausschweifenderes Thema, was ich hier jetzt nicht so ausführlich behandeln möchte, um das Video etwas kürzer zu halten. Ihr könnt auf jeden Fall dann, sobald ihr das gemacht habt, hier sehen, dass ihr ja immer schön Geld dazu bekommt, was hier zum Beispiel meine Gesamtkosten der Armee ganz schön gut unten hält. Gerade ist Krieg, deswegen ist das ein bisschen geringer, aber ja, das ist auf jeden Fall der Sinn dahinter, damit ihr nicht dauerhaft irgendwelche total hohen Kosten habt, sondern das Ganze überschaubar bleibt. Auch beim Handeln in Mount & Blade könnt ihr einiges an Geld verdienen, denn die Preise sind nicht immer gleich. Das heißt, zum Beispiel in der Stadt hier gibt es sehr, sehr günstig Salz. Dieses ist grün hinterlegt, der Preis, das heißt, dass dieses gerade günstiger ist. In dem Fall dieser Posten ist 40% billiger als der Durchschnitt, aber jetzt zum Beispiel gibt es hier andere Sachen wie Trauben oder Fleisch. Dieses ist rot hinterlegt und ist gerade sogar hier 75% teurer als durchschnittlich. Das heißt, wenn ich jetzt hier sehr, sehr viel Salz einkaufe, was sehr, sehr billig gerade ist und das woanders verkaufe, wo es, sage ich mal, gebraucht wird, kann ich damit einiges an Profit machen. Und ja, damit könnt ihr auf jeden Fall auch ein bisschen Kohle verdienen, wenn ihr zum Beispiel gerade keinen Bock habt, irgendwelche Looter umzuhauen oder, 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 dann kauft ihr einfach günstig in manchen Städten Sachen ein und verkauft sie andererorts dann einfach teurer weiter. Und ja, das war es mit meinen Anfängertipps. Ich hoffe mal, sie haben euch geholfen, euch auf den Weg gebracht, ja, in Bannerlord so richtig schön durchzustarten. Falls ja, dann Däumchen nicht vergessen, würde ich mich freuen. Könnt auch gerne mal auf meinem Kanal vorbeischauen, wenn ihr, sage ich mal, an weiteren Tutorials oder einem Let's Play zu Bannerlord Interesse habt. Ich wünsche euch auf jeden Fall noch einen wunderschönen Tag und ja, bis zum nächsten Mal. Ich wünsche euch was und Tschö, bis zum nächsten Mal. Tschö,